Ich erinnere mich, also wenn ich ganz ehrlich sein soll, an all die schönen Lehrerinnen, in die ich mich verliebt habe. Und zwar war das so schön, schön deswegen, weil es eine, wie soll ich sagen, eine Naivität, mit einer Naivität verbunden war, mit einer Scheu und mit einer Schüchternheit. Also, dass ich dann viel später, als es mit dem Schreiben losging, mich auch wieder daran erinnert habe. Also, ich kann mich an die vielen, vielen Tage erinnern, an denen ich mich mit glühenden, roten Wangen, debil grinsend, meine schöne Lehrerin angeschaut habe. Daran erinnere ich mich, genau, das waren keine guten Tage. Es waren ganz bestimmte Tage, an denen auch ein mieser Wind wehte. Und an diesen Tagen stellte sich nicht nur die Sinnkrise ein, sondern man, ich wollte aufgeben. Ich wollte aufgeben im Sinne von, Schluss jetzt hier mit dem Quatsch. Und ich hatte dann das Gefühl, es ist wie so ein Theaterstück und ich habe eine Statistenrolle. Aber dann kam schon die schöne Lehrerin rein und alles wurde verwandelt.